1. Mein Name ist Sascha Romanoff. Ich bin von Beruf Bäcker und arbeite in einer Bäckerei in Köln. 2. Ich bin Dr. Michael Götte. Ich bin Programmierer bei Siemens in Rostock. 3. Ich heiße Sabine Reimann. Ich arbeite als Sekretärin bei einer Versicherung in Basel. 4. Ich heiße Stefanie Jankowski. Ich bin Studentin, aber im Moment arbeite ich als Kellnerin in einem Restaurant in Wien. 5. Ich bin Jana Hartmann. Ich bin Taxifahrerin in Berlin.